So, hallo und alle zu einem neuen Video und heute gibt's mal wieder was Spezielles, nämlich ein weiteres Grundlagenvideo sozusagen. 10 Fakten über den Minecraft-Zombie. Alle wissenswerten Dinge oder alles, was man so wirklich vom Minecraft-Zombie wissen muss, wird jetzt hier einmal komplett kompakt verpackt und natürlich auch wieder recht kurz zusammengefasst. Und Zombie ist ja jetzt ein Monster, was, sag ich jetzt mal, recht viele Sachen hat. Also ein bisschen was Bekannteres logischerweise. Das Endermite war ein bisschen schwerer, da viele Dinge zusammenzufinden. Deswegen kommen hier wieder nur die wesentlichsten Top 10 Dinge dran. Natürlich gibt's Kleinigkeiten, aber die passen dementsprechend einfach nicht hier rein. So, und ja, ich hab mir die rausgeholt, ich hab mir eine Liste gemacht und wir gehen die mal durch. Wir fangen gleich auch schon an mit der ersten Sache über den Zombie. So ein kleines bisschen von den Eigenschaften über die Eigenschaften hinaus. Los geht's. Da hätten wir ihn auch schon, den Minecraft-Zombie. Der plancht jetzt ein kleines bisschen rum. Der hat, ein bisschen um so zu den Statistiken zu gehen, insgesamt 20 Leben. Das sind 10 Herzen, so wie die meisten anderen Mobs eigentlich auch haben. Und er hat eine spezielle Eigenschaft beim Schaden machen oder Schaden verursachen. Der greift natürlich an, wenn ich jetzt nicht ein Creative-Mann wäre, ist ja logisch. Aber darauf kann ich mal ein kleines bisschen genauer eingehen. Und zwar, der Zombie macht Schaden je nach seiner eigenen Lebensenergie. Natürlich, auf einfach, normal und schwer machen Mobs verschieden viel Schaden. Auf schwer logischerweise mehr als auf normal und einfach. Aber ich nehme einfach mal ein kleines Beispiel in Hand von schwer, weil es da die größte Abstufung gibt. Und zwar, hat der Zombie 16 bis 20 Leben übrig, macht er 4 Lebensschaden, also 2 Herzen pro Schlag. Falls er Level 11, oder er kennt nicht Level 11, falls er 11 bis 15 Leben selbst noch übrig hat, also wenn er ihn geschlagen hat, dann macht er schon 3 Herzensschaden pro Schlag. Also 6, ich glaube, das ist ertrunken. Falls er noch 6 bis 10 Leben übrig hat, macht er 3,5 Herzen, also 7 Leben Schaden pro Schlag. Und falls er noch 1 bis 5 Leben sozusagen übrig hat, oder Herzen, nein, nein, Leben nicht Herzen, das ist missprobierend, dann macht er insgesamt 4,5 Herzensschaden pro Schlag. Bei schwer. Bei einfach wäre es wiederum anders. Dann würde er bei 16 bis 20 Leben 1 Herzschaden machen. Bei 11 bis 15 genauso viel wie bei 6 bis 10, nämlich 1,5. Und bei 1 bis 5 Leben macht er noch 2 Herzensschaden. Aber das Besondere ist eben, dass sein Schaden auf seinem eigenen Leben skaliert. Je weniger Leben er noch übrig hat, umso härter haut er dir aufs Maul. Und weiter geht's. Als zweites, die Sache ist ein kleines bisschen schneller erklärt. Und zwar, Zombies haben noch eine weitere kleine Zusatzeigenschaft. Als Mob haben sie einen eigenen Rüstungswert. Und zwar von einem Rüstungsbalken. Und das können wir, wenn wir zum Beispiel einen Lederhelm oder sowas aufziehen. Ich weiß nicht mehr, was der für einen Rüstungswert hat. Allerdings, über dem Spieler gibt's unten normalerweise Rüstungsherzen im Survival-Mode. Und ein Zombie hat standardmäßig einen Rüstungswert von 2. Also einen Rüstungswert, Herz unten komplett voll über dem Lebensbalken. Was, glaube ich, eigentlich kein anderes Mob in dem Sinne hat. Also, Zombies sind im Sinne von Resistance geprägt, im Sinne von Nahkämpfer einfach. Und, äh, ja, ist auf jeden Fall erwähnenswert. Dann geht's weiter. Dann als drittes. Zombies werden als Untote, wie zum Beispiel auch Skelette, durch den Trank des Schadens geheilt. Und dafür, durch den Trank der Heilung, bekommen sie Schaden. Das testen wir gerade mal aus. Ich hab hier Potions of Healing und Potions of Harming. Und Potions of Healing kriegt der Schaden. Bis er drauf geht. Zwei Stück reichne ich auf, ist auf der Stufe 2. Falls wir dann hier den, ah, Lilliger Zombie zufällig, kommen wir auch noch zu. Hier drauf gehen. Mit Harming macht rein gar nichts. Aber bei Healing kriegt er Schaden. Okay. Sollte man auch wissen. Weiter geht's. Zombies bekommen Fallschaden. Ortsodolz zum Beispiel nicht. Jedes Mob hat seine eigene Eigenschaft. Allerdings bekommen sie bei einem Sturz aus 23 Blöcken Höhen nur 9 Herzensschaden anstatt 9,5 und sterben erst bei einem Fall ab 24 Blöcken Höhe. Das kann ein kleines bisschen was mit dem eigenen Rüstungswert zu tun haben. Allerdings ist es nützlich bei zum Beispiel Mob Farms oder Mob Fallen, weswegen ich das auch erwähne. Ähm, öfters wird es halt so gemacht, dass Mobs eine gewisse Fallhöhe hinter sich lassen, sodass sie mit einem Restleben unten aufkommen, sodass man die meistens mit einem Faustschlag noch töten kann. Bei einem Zombie muss man das ein bisschen anders machen und ein bisschen mehr Höhe einrechnen, damit die die entsprechende, äh, entsprechenden Leben am Schluss noch übrig haben. Oh ja. Weiter geht's. Dann, als fünftes, als kleine, eklige weitere Fähigkeit haben Zombies leider die Eigenschaft, weitere verbündete Zombies hinzuzurufen. Mal angenommen, du battelst dich gerade mit einem zu Tode und dann kann es durchaus mal sein, dass, äh, er, ähm, weitere Zombies im kleinen Umkreis um sich herum spawnen lässt. Das passiert nicht immer. Es war bei einem, äh, Snapshot, ich glaub für die 1.7 mal richtig abartig schlimm. Da hast du teilweise einen Zombie gekillt und es sind zwei neu gespawnt, dann wieder und wieder und wieder und wieder und die haben neue und neue und neue. Und nicht mal so eine riesige Zombie-Invasion gehabt. Und, äh, ja. Also man sollte immer bedenken, es kann jederzeit noch ein weiterer zusätzlicher Zombie spawnen, falls man einen attackiert. Weiter geht's. Dann, als sechstes, neben den normalen Zombies gibt es außerdem noch kleine Baby-Zombies. Die sind wesentlich schneller und auch wesentlich kleiner. Die können auch durch einen Block hohe Löcher durch. Die sind, äh, ja, ein bisschen fieser, behaupte ich mal. Ja, die machen genauso viel Schaden wie ein stinknormaler Zombie, verhalten sich auch so, einfach nur, dass sie schneller sind. Und das Geräusch ist ein bisschen anders, das ist ein bisschen höher und soll sich wahrscheinlich jünger anhören, was weiß ich nicht, alles. Und es gibt auch noch eine Möglichkeit, dass diese kleinen Baby-Zombies, wenn sie denn spawnen, mit einer 0,5%igen Wahrscheinlichkeit als Jockey spawnen, wo sie gerade auf einem Hühnchen sitzen, ja, das gibt's und die spawnt man, so. Ich hab ein Befehl rausgesucht, weil man die sonst nicht so einfach kriegt. Der sieht dann so aus. Das ist ein kleiner Hühner-Jockey. Baby-Zombie reitet auf einem Chicken und mit 0,5%iger Wahrscheinlichkeit, wenn ein Baby-Zombie spawnt, spawnt ein so ein Chicken. Das heißt, es ist total selten, ist aber irgendwie schon fast lustig, weil das Chicken bestimmt ja, wo der Zombie hinläuft. Und von daher ist der gar nicht mal so gefährlich mehr. Praktisch ein entschärfter Zombie. Äh, ja. Wohl so ein kleiner Fun-Fact von dem Bein neben mir drin, aber die gibt es tatsächlich auch und die spawnen auch einfach so wild in der Pampa rum. Wenn ihr einen normalen Baby-Zombie haben wollt, könnt ihr den mit demselben Command holen, nur dass ihr hier dann das Riding vom Chicken wegmacht. Ihr müsst hinschreiben, ist Baby, also und dann eine 1 für True und dann kriegt ihr auch den kleinen Baby-Zombie raus. Okay, so viel dazu und weiter geht's mit der nächsten Sache. Dann als siebtes. Bei Sonnenlicht hier draußen fangen Zombies an zu brennen. Das heißt, die versuchen, wenn es geht, das Sonnenlicht zu meiden und verstecken sich eigentlich auch im Schatten, wenn sie gerade nicht so blöd dafür sind. Denn die KI von den Viechern ist meistens ziemlich dämlich gestrickt. Aber im Normalfall sollten sie eigentlich Schatten suchen und auch eigentlich ins Wasser reinhüpfen, insofern es denn geht. Sie brennen nicht in dem Fall, dass sie zufällig mit einem Helm spawnen, denn Mobs können oder Zombies können auch mit Rüstungsteilen und Waffen und ähnlichem spawnen. Dazu kommen wir aber gleich. Okay, so viel dazu und, äh, ja. Ähm, sie können dir auch noch, eine Sache vergessen, wenn sie denn brennen, selbst Feuerschaden zufügen. Also, brenne Zombies, die dich angreifen am Tag, sind eklig, denn die, äh, äh, praktisch machen die auch noch Feuerschaden. Boah. Okay, weiter geht's. Dann als nächstes. Zombies können sich auch bewaffnen, beziehungsweise auch schon als bewaffnete Zombies spawnen. Einerseits heben sie teilweise Rüstungsgegenstände vom Boden auf oder sie spawnen einfach direkt mit denen und die Rüstungsgegenstände, mit denen sie spawnen, die können teilweise sogar schon verzaubert werden. Da gibt's einen kleinen Zusatzeffekt und zwar, falls ein Zombie mit einem Rüstungsteil schon spawnt, dann bekommt man auch zusätzliche Erfahrungen, wenn man diesen Zombie tötet. Nämlich, ich glaube, eins bis drei zusätzliche Erfahrungspunkte pro Ausrüstungsgegenstand. Das heißt, wenn er zwei oder drei an hat, dann, äh, und auch mit diesen gespawnt ist, bekommt man, äh, ordentlich Erfahrungspunkte mehr dazu. Vielleicht können wir das hier im kleinen Labortest mal zeigen, indem ich ganz blöd einfach mal irgendwas hier hinschmeiß. Rüstung, irgendwas, Schwerter, Tralala, Bogen und so. Äh, es wird gleich ein bisschen dauern, die müssen hier rumlaufen, das ist nicht alles, aber normalerweise sammeln die das auf. Vielleicht muss auch ein Spieler in der Nähe sein, das ist manchmal ein bisschen skurril, aber eigentlich müssen die es auch so mit aufsammeln. Nö, blöd, dass ich auf einen Fleck geworfen habe, aber eigentlich sammeln die Zeug auf. Und die rüsten sich sogar mit besseren Sachen aus, falls sie einen schwächeren Rüstungsgegenstand gerade in der Hand haben. Wenn die auch vor allem ein Holzschwert haben und Eisenspäckchen am Boden, dann wählen die auch das bessere, äh, Equipment aus und ziehen sich das dann dementsprechend an. Und, äh, ja, richtig fies. Und übrigens, wenn ein Zombie draußen steht, ich hab ja schon erwähnt, der kann auch einen Helm tragen, dann verliert dieser Helm Haltbarkeit, wenn der Zombie an der Sonne ist. Mal angenehm, man verliert einen Helm, der Zombie sammelt den auf, setzt ihn sich auf und verbrennt deswegen draußen nicht. Dann verbraucht der Helm seine Haltbarkeit, weil der Zombie eben in der Sonne steht und der Helm ihn vor der Sonne schützt. Also da steckt auf jeden Fall jede Menge dahinter und jo, sowas gibt's auch. Dann geht's doch schon mal weiter zur nächsten Geschichte. Als neuntes hätte ich auf der Liste die Zombie-Belagerungen. Zombies sind recht fies in dem Sinne zu normalen Villager-Dörfern, denn diese greifen dir immer an. Wenn ich hier in Villager spawn, dann versuchen die Zombies gleich alle zu dem Villager gelangen und dem das Gehirn aus dem Kopf zu reißen. Und ja, ihr wisst schon, wie das halt so ist mit Zombies und normalen Menschen, der Dorfbewohner flüchtet und so weiter und so fort. In normalen Dörfern gibt es deshalb Zombie-Belagerungs-Events, wo viele verschiedene Dinge passieren, aber das wird dir zu lange dauern, das ganz zu spezifizieren. Ich würde eventuell im Anschluss nochmal ein Zehn-Fakten-Video über Zombie-Belagerungen machen, weil da gibt's noch einiges Interessantes zu wissen. Und noch jede Menge Zeug dafür, dass es für ein ganzes Video reicht, deswegen werde ich jetzt auch hier nicht weiter mehr zeigen. Jedenfalls, Zombies sind aggressiv auf Villager und führen manchmal Angriffe auf Dörfer durch. Okay, und dann geht's auch schon weiter. Dann als Zehntes, wir befassen uns ein kleines bisschen mit den Drops von Zombies. Wenn man Zombies tötet, droppen natürlich einiges an Zeug. Das kann von 0 bis 2 verrottetem Fleisch variieren, aber es gibt auch seltene Drops. Zum Beispiel bekommt man noch Eisenbarren, Eisenschwerter, Eisenschaufeln, andere Rüstungsteile, Kartoffeln oder Karotten im seltenen Fall. Und im ganzen, ganz Endschluss Spezialfalle, kann man auch einen Zombie-Kopf bekommen, wenn dieser Zombie von einem Charged Creeper getötet wird. Charged Creeper explodiert, Zombies in der Nähe und dann kann es sein, dass ein Zombie-Kopf droppt, den man normalerweise nur hier im Greatest Mod kriegt. Das ist der hier, das ist ein Decoration-Block. Okay, ich denke mal, damit haben wir die meisten Sachen oder die wichtigsten Sachen des Zombies abgearbeitet. Zehn Dinge sind rum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant. Es gibt immer was zum Lernen, denn bei einem so umfangreichen Spiel gibt es immer irgendein Detail, was vielleicht wichtig sein kann. Wenn ihr was noch zusätzlich wisst, was sehr, sehr wichtig ist und hier noch nicht genannt worden ist, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Bedenkt aber, dass zu den Zombie-Belagerungen wohl noch ein Video kommen wird. Falls ihr die also meint, dann gehört es hier leider nicht mit rein. Dann sehen wir uns im nächsten Video, lasst krachen bis dahin und tschüss, bis zum nächsten Mal.